Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Magst du es ankündigen? Minecraft for the Beast Continuum. Yo, mal sehen, ob wir klarkommen und wie lange es dauert, bis wir aufgeben. Denn das ist nämlich ein Expert-Modpack und wir sind nämlich schon bei Stradit gescheitert. Ich bin doch nicht mehr auf der Welt. Wir haben, wie gesagt, hier... Seht doch, gehörst du doch mal der Server? Ich will, was das nicht überhaupt passt. Können wir vielleicht mal vorher testen, ob du draufkommst? Nee, kommst du denn mit? Wolle mich dann an der Disconnect. So, und dein Skin ist da. Ganz gut. Wie ist das auch immer? Andere Version. So. Ja, wir haben ein bisschen was an dem Modpack rumgeschraubt. Ein bisschen einfacher gemacht. Aber noch minimal. Wir haben uns hier Ability-Dodems hinzu geknallt. Wo kriege ich was nicht da rein? Weißt du, willst du wissen, was ich draufkriege? Weiß nicht. Bonehuller. Ich auch. Ich mein, das hab ich gerade weggekommen. Ich hab dir Gott gefragt. Nein, das liegt dort an der Seite. Trag mal den Takti nutzen. Nur für den ersten Tag. Kannst du das nicht? Ich bin gerade... Ich bin gerade... Äh... 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 Ich hab grad nicht... Machst du den Party auch? Sekunde, ich will kurz was ich jetzt machen. Sobald ich... Ich hab's nicht mal gepackt. Ich guck hier schon mal rein. So, jetzt haben wir... Ich guck hier schon mal rein. In die Mann? Ja, 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 aber lass mal drinnen noch. Noch. Äh... Noch. Ist hier alles scheinbar. In die Mann. Warte ich mit den den Händen. Wir haben ja eigentlich ja... Ohrexcavation drin, aber... Von Ohrexcavation halt ich mal... So ist denn überhaupt nicht. Nee, das ist scheiße. Nee, deshalb hab ich nämlich... Extra Wienminer rein gemacht. Weil mit Wienminer... Komm man ja schon mal ne Leitane weiter. Äh... Ich frag mich nur mal ein bisschen Gras ab. Hm... Was glaub das ja? Gut. Ja, alles ist aber nicht ganz so klar. Was haben wir denn da so schönes? Wir haben Holz... Wir haben Ability Totem Jump Boost und Fire Race Dance. Das ist warm. Ich hätt gern Jump Boost. Wenn ich nicht mehr wieder... Komm mir aus. Warum krieg ich eigentlich nur Seeds raus? Und der andere Left Player, der das macht, auch Farmzeug? Weil das, glaub ich... Weil das wahrscheinlich für ihn ne feinbarer Komplik ist. Scheiße! Ich weiß n... Die Gartenkanten nicht mehr recht kriegen. Nein... Nein... Da kommt die Seeds raus! Ja, du brauch ich nicht. Wir haben aber ein Problem, ne? Wir haben ja nicht mal... Brauchen wir auf diese blöde Platte. Ja, ich weiß. Deswegen hab ich gesagt, wir müssen auf jeden Fall auf die andere Insel. Wir töten die Hühner, nehmen sie mit und nehmen alles mit. Nein... Nein... Du bist Hüller und keiner Killer. Wir haben auch ein technisches Problem, weil wir müssen in eine bestimmte Richtung. Weil wir hier drüben nämlich einen Guardian finden haben. Ja, die hat man, glaub ich, schon mal in einem kurzen Blick dahinter gesehen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht externe bin. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht externe bin. Ja, warte mal ganz kurz. Ich hab doch nur was geholt. Äh... Ich hol doch grad was. So. 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 Oh, ich komm leider grad noch nicht weiter. Ja, doch, ich komm weiter. Geil. 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 Wie man sieht, das ist alles ein bisschen vor uns, das Bag. Aber... Kriegst du den Ofen schon hin? Ich krieg nicht mal ein Schwert hin. Reicht das die 48? Nee, das hätt ich dir auch sagen können. Das Schwert musst du in dem Ding hin da machen. Aber oben kriegst du noch nicht hin. Na, nicht in den Ofen kriegst du auch hin. Aber... Auf persönlichen Wunsch von uns beiden haben wir auch ein Weißbuch, wo wir mal ein bisschen was hin geholt. Ja. 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 Wie viel hast du denn? Zwei. Hm. Da hat jemand, jeder schon mal ein Fleisch, um ordentlich rüber auf die andere Insel zu kommen. Wenn's ne Insel ist. Und nicht fest bleiben. Ich hab noch was zum Brutzeln. Warte mal. Ähm. Es sollt's rechnen für eins. Scheiße. Es wär Flügel gewesen, wenn ich das nicht zu klein gemacht. Glaub ich. Hm. Vier Wohnung sag ich so. Ja. Meins. So, und dann kommt hier das andere. Fisch. Mh. Wollen wir stattfest? 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 Aber ich seh nicht, wie wir das bringen. Ja, das siehst du gerade nicht, weil du gerade im Ofen bist. Wenn du raus gehst und gehst dann drüber, dann siehst du das unten in der Ecke. Ah, das lächst da drüber. Wenn ich drauf bin. Moment. Ich geh noch mal ins E. Nee. Gib mal unten irgendwas Wuster ein. Bei dir. Irgendwas ist jetzt scheißegal. So, und jetzt geht's noch mal drüber. Achso, du meinst die Käuze da. Ah. Wart. 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 Und da drüben links ist, glaube ich, entweder noch nimmst du, du hast lang. Dann würde ich sagen, dann gibst du mir dein eines Affility-Ding, dieses Boning, dann kann ich nämlich gucken, dass ich es zum Wachsen kriege. Das denke ich auch. Ja, zwei, bringt mehr Effekt. So meine ich das jetzt. Du konntest dich so nicht abbauen. Nein? Nein, die gehen kaputt. Deshalb sage ich mir dein eines Affility. Ich hoffe ich mal, dass es klappt. Dann, die Uni ist um. Ja, ich habe nicht genug Level. Ich brauche 300 Level. 300? Ja, 300 XP. Dann würde ich mal sagen, dann machen wir uns hier einfach mal WG. Ja. Du hast doch schon einen On-Leader ein. Mein Text, das bringt schon manchmal sowas. Das habe ich nicht aktiviert, ich habe Feierwassens aktiviert. Eingeschaut. Dann gib mir das On-Leader. Ich habe auch nicht aktiviert. Was? Wo war's da? Wir haben deine Hühner. Ich brauche doch bloß Hühner-Hotel. Ja, nicht nur, was das geht. Ich kann dir das doch später dann machen. So. Ja. Also ja, Lootbacks haben wir uns auch hier reingemacht. Kriegt ein bisschen cool Effekt. Kann ich ja gleich mal reinkiechen, vielleicht ist ja was praktisches drin. Aber es ist ja da noch nicht. 14 Player XP brauchst du jetzt jetzt aktivieren. Ja, ich habe das nicht. Oh, ich seh gerade, da ist auch so ein Baum. Was ist denn das für ein Baum oben? Nutmeg? Ja. Ah, hab ich gehört, dann kann das ja auch. Ja, funktioniert gleich. Da müssen wir uns ja WG machen. Wasch mich einfach mal. Ne, warte. Ich hab das auch immer nicht umgeknockt. Machen wir hier einen B. Den nennen wir einfach mal ganz cool. Warum das wollen wir? BAM BAM! Heißgeist BAM! Und gut. Ne? Wird ich mal so nackt. BAU dich mal wo rein. Und machen wir eine Karte oder was? Ja, wahrscheinlich, wahr. Weil ich glaub kaum, dass jemand Termin sehen will, wie wir uns verkriechen. Ja. Mh, glaub ich aber weniger. Es sei denn, du bundelst dich schon mal ein bisschen runter, aber das wäre auch schwachsinn, weil wir noch keinen neuen Ding machen können. Mh, du hast doch Holz, wa? Ja. Gib mich mal. Ich bin aber nicht in der Hachko, oder? Äh, normal, ich mach auch so easy, ne? Scheiße, ich hab die Partie vergessen. Bada. Na? Ikfrontiere die Partiechan. Nchaft können wir mit �isieren. Kommen wir mit Contportieren, oder? schwerer zu setzen, ne? Ichuba mal benötig, die! Ich bin daslich zu sehen. Wenn die sch追 Katzen? Wir werden hier eine Karte sees. Ja. Obwohl es eigentlich gerade ganz easy, wir haben keine Monster hier. Ich brauche es auch zunächst mal so weich hier nach vorne. Das ist unglaublich, ich kann nur noch selten. Das ist unser Monster. Das habe ich jetzt mal ganz kurz, dann wird es an dieser Stelle mal einen kurzen Cut geben. Wir melden uns wieder, sobald uns heller wird. Gut? Ja. Ja. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Auf geht die Party. Hast du alles mit? Ja. Wieso machen wir eigentlich zwei Boote? Ja, das will ich auch noch nicht. Einfach in die Richtung runter gehen. Wo? Sonntgang? Was? Geh weiter nach Süden runter. Eve Ocean. Oh, das kann die Daumen geworfen. Das kann ich nicht. An der Brühe. E. 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 Fähre ich euch doch da drüben. Ob wir von rechts und links gucken? Machen wir. Nach vorne gucken kann ich nicht. Da ist dein Mittel genug. Fähre ich genug. Da drüben können ist was. Links. Wie geht denn diese Krosse aus? Der Radio fliebe Sonne entgegen. Sieht so aus, ne? Das ist Snow. Das ist Boogie. Oder? Zumal da ist auch Eis zerstör. Oh. Eis werden mich antreiben. Auch nicht so nahe kommen. Oh man. Wir haben jetzt aber erstmal nicht unsere üblichen Mods drin. Ähm. Wie zum Beispiel. Ähm. Ähm. Ich wüsste jetzt überhaupt nicht was du meinst. Total ein Jahr zum Beispiel. Achso. Aber da wäre man nicht drin. Wir haben's diesmal für nicht wichtig erachtet. Ähm. Da ist eine Flucht. Ja. Verflucht. Da macht der Wegpunkt. Ähm. 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 Da hätten wir bestimmt irgendwo Eisen dazwischen. Ja. Und die Eisen. Aber ich kann Eisen da gar nicht abbauen. Ja. Ich mein das. Vielleicht noch die Zeit voll. Ähm. 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 Ich würde jetzt sagen ich leg mal fest. Ähm. Befolgt nicht so lange bis wir den ok machen. Oder? Ähm. Kann man wohl nicht machen. Wieso nicht? Da bin ein pass reserved. Ja. Schaunge damit. Ähm. Entschüss. Mit dem Kallaürschel? Ja. blow. Ähm. Das ist so. Meine Professoren. Jetzt sind wirнуть auch Blut. Ja. Oder sei. Was ich fertig. Ich renne mal rüberwärts. Ich glaube ich habe leider Gottes eine traurige Nachschuldig. Das ist wunderbar. Wo? Wahrscheinlich rüberwärts. Wunderwärts. Oh, hier ist ein Eisbär. Ja, das hat. Ich fange auf die Flur. Oh, das ist ein Lass. Aber das ist eine Lass. Das ist ein Lass. Also Hühnchen bringt mehr als alles andere. Äh, Fisch. Oh, ich bin voll. Ja, ich ober. Ja, das sieht mir aber nicht aus wie eine Insel. Oh Gott, das sind hohe Berge. Ah, ich habe mich vor, dass das aussieht. Ich würde gerne mal ein bisschen weg bist. Immer runter was. Ja, super. Ich bin jetzt an dem guten Meer. Bist du da hochgekratzt, oder was? Ach ja, ich will nicht. Ich habe ja alles gefunden, wo ich jetzt ganz genau wusste, was es ist. Und? Ich weiß es nicht. Jawohl. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Bis zum nächsten Mal. Laat mich raus. Ich weiß es nicht. Say Six. Hangane erst. Uhh. Idol hat mich damit gemacht. Ja Luis vielleicht. ohjaá. Das wird aber auch nicht gescheit sein. Uah, kacke, das war jetzt fast. Da war auch lebt. Ich hab wohl nicht so krass in meinem Schwarz eingebaut. Also ich muss mich echt zusammen ritzeln jetzt. Schneeland in der Nähe ist ja nicht schlecht. Das Problem ist, wenn der Regne im Schneeland will ich aber auch nicht sein. Das ist schon im Weihnachts-Wattpack immer so ätzend mit dem Fell drin. Weißt du? Nein. Krieg ich in Erinnerung schon immer, ob du was zu fressen hast. Ja, wenn du mal auf mich warten würdest, hättest du dir was geben können. Oh ja, das krieg ich aber jetzt. Ich glaube, ich hab jetzt aber auch nicht mehr. Guck mal auf den Ofen. In 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 den Ofen. Dann hast du nie noch gefunden. Ich weiß, ich hab doch vor uns immer aus dem Pettier. Mit der. håll auf den Ofen. Ich weiß nicht. Aber ich war mit dem Ofen. ja Die sind hier nicht immer runter? Nicht immer, glaube ich. Oh, super. Man darf auch die Pferde lösen. Hast du Platz für den Wohl? Ja, warst du noch mal. Du hast mehr Intelligenz, als was man dazutraut. Ich hab nämlich gerade noch einen Platz. Nee, hab schon. Dann werde ich was anderes. Wir können ja mal gucken, was wir steaken können. Überraschend. Ich hab noch mal was anderes. Ich hab noch mal was anderes. Oh, da brauchst du mal. Ich meine, ich hab noch was anderes. Wasser? Ich hab noch was anderes. Hast du noch Holz? Ja. Ja. Ja, wascheregel. Uck. Also normale Blankzappel. Ja. Die hab ich nicht. Ich hab ein bisschen Blankzappel. Ich hab das hier, was ich geflogen auf. Ja, was das hier? Ja. Ich hab mich nicht geflogen. Ich hab mich nicht geflogen. Ich habe dich geflogen. Ja, das ist das hier. Du bist eine Art Schrift. Ich habe, glaube ich, einen Ausweg außer Schnee gefunden. Da oben, oh, ein Schöpfen. Ja, ich habe auf der Karte gesehen, dass es da ein bisschen grün ist, aber doch. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Dann... fahr auf deinen Arsch. Hast du mal noch bei den Ohren? Warte, Sekundi. Ich weiß noch, wer weiß. Mein weißes Bett ist besser als der Bett. Er wurde kackiert. Er wurde kackiert. Ich mach mich einfach nicht. Ah. Ich habe noch keine Bros. Ja, aber mal verdammt nochmal leid, ich bin in der Aufnahme. Ich klau mir das mal raus und hau was anderes rein. Zehn Minuten. Ich hab selber keinen Bock, aber was solls? Soll ich einfach die Klappe halten und fertig. Die Kälte sind aber auch noch drin. Später werden wir eine Delle in der Brunnen, dann werden wir auch geschehen. Ist das Graubrauschen? Was? Ist das Graubrauschen? Ist das Graubrauschen? Ich habe das Graubrauschen. Okay, ich habe das Graubrauschen. Woo! Ich habe das Graubrauschen. Oh Gott, nee! Ich habe das Graubrauschen. Hallo! 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 Hätte ich mir nur mal ne größere Fleisch gefühlt gespottet. Egal. So, ich bin soweit durch. Dann baue ich wieder ab, dann zückt man weiter los für die Nacht. Irgendwann muss ja mal was gescheites kommen, oder? Ich möchte in die Richtung mal weitergehen. Ich möchte über die Berge mal weitergehen. Welche Berge? Ja, welche Richtung sind wir? Ähm... Ach ne, das bringt uns wieder zurück. Ja, die Roten bringt uns zu uns. Oh, noch nicht in Roten gehört, oder? Und ich bleib doch hier stehen. Ich wollte nur raus aus dem Wald. Ich hab da mal so viele Schüsse weiter. Alter, Fallbar. Sooo... Dann will der was zu kratzen raus nicht haben. Und noch? Ja, Leute, wir haben nur einen Schaden aus dem Feld. Ich hab das Video gefangen. Dann würde das Video nicht mehr so zusammen. Oh, ja, ich hab das Video nicht mehr so zusammengefangen. Ich hab das Video nicht mehr so gemacht, als wir alle machen. Ich habe das Video nicht mehr so einfach, weil sie so oft nie zu machen. Es gibt keine gute Alternative. Wie ist das? Warte. Wo ist sie denn? Geht mir scheiße, oder? Warte. Warte. Ja, ich bin voll. Schaffst du dich irgendwie ganz so gut? Nein. Ich dachte, du bist irgendwie was zu tun. Nein. Wie rein soll ich denn mit Leidze? Nein. Ich habe Eisen. Nein. Au. Au. Komm, wir haben Eisen nachstecken. Nein. Wir sind hier. Wir sind hier. Ich habe gerade 20 Fliegen gesteigt. Ja, wo ist es? Warte, warte, warte. Ich habe ja noch mit 4 Eisen. Aber gut, oder? Das ist gut. Wir sind hier mit 4, 1,5 cm. Das ist nicht so gut. Der ist nicht so gut. Der ist nicht so gut. Der ist nur nicht so gut, oder? Ich meine, das ist tatsächlich so gut. Die sind so gut. Ich hab den Haas nicht bekommen. Ich hab den Haas nicht bekommen. Bleib oder was? Ich weiß nicht. Oh, ich hab einen neuen Garten. Eini, ich verrenne mich. Eini, ich verletze. Doch, ich renne ja die ganze Zeit ab. Ich guck ja schon gar nicht mehr aufs Spiel. Ich guck ja nur noch auf die Map. Ich hab nur den Busch gewohnt. Ja. Den hab ich nämlich auch grad gerne. Hör voll. Hör voll. Hör voll. Hör voll. Hör voll. Hör voll. Nein, ich will nicht. 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 Kannst du auf ihn mal in die Scheiße? Nein, ich will ja... Ich will nicht. Oder kann man hier ein Paketrammelatieren? Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ach man, wir sind ja auch nicht. So weit. Wir haben ja noch von kaputt geschritten. Zurück da rein. Ach Gott, ja. Wir haben irgendwie nach dem Osten oder Westen gelungen, da hätten wir schon mal. Ja, ist rein, okay. Ja, ist rein, okay. So, du machen. Ja, danke. Hm. Oh, was Kleines ausreicht. Weißt du? Ja, kann ich jetzt auch eh. Ich hab eh gehntert. Ich würde es sagen, dann mache ich hier meinen kleinen Cut, wenn ich den weg gefunden habe, oder? Ja, mit Scherven. 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 Jo, und dann sind wir wieder zurück nach der kurzen Cut. Wir haben uns gleich gefunden. Aber wir haben uns erst mal niederlassen. Später können wir uns ja immer noch woanders niederlassen. Aber am Anfang wäre das hier nicht schlecht. Ich werde jetzt einfach mal... Folgtfüllig, äh... Ernst? Erstmal, folgtfüllig. Ja, da geht's hin, Chef. Komm, ja, das ist gut. Ein bisschen mehr loswerden hier. Also, wie geht's? Das, 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 da. Das und das. Das kann ich daneben auch stellen. Und da hin, bis dorthin. Nur meine Siebs da hin, ja? Ja, noch das. Ja, du hast ja gesagt, dieses eine Ding kann man schon bauen. Kannst du ja mal auch rein machen. Ja, du hast ja gesagt, ähm... Ähm... Wahrscheinlichkeit wird bei diesem Weg, was wir hier gerade machen, unten Link von den Zeilen mit dem kompletten Wendeplan von uns. Äh, du hast den Kick-Act? Ja. Ich hab das Ding auch gesehen, wie die Falle nicht fällt. Wieso? Der ist irgendwo an den Rand. Jo, dann kann ich gleich mal gucken, dass ich das hinbekomme, was ich will. Ja, warte, das steht auch falsch, weil ich wollte Gearboxen drumrum machen. Kannst du da unten drunter lang machen. Warte mal, lass mich mal kurz gucken, ob das jetzt schon geht. Ah, da fehlt ein Item-Upgrade. Ja, das Armory-Upgrade. Ich bin gerade dabei. Ich brauche Holz, Schaufel, Spitzacke, das und das. Ah, das Holz hab ich hier und da. Ich hab auch immer Sticks. Schaufelhoch, Spitzhacker, Schwert. So. Alles drüber machen. Ach Gott, nicht. Okay. Somebody's drinks make a hole. Ein Problem. Wie warst du denn noch? Zwei. Okay, schön. Ich muss nur rufen gehen. Du hast den Flinder sehr viel geschleppt, oder? Ja. Ich bin auch wieder da. Ich bin auch wieder da. Oh, ich hab ihn flogen. Schau. Skippt er mir. Heißt der? Oder das Brotel ist. Scharf Strings. Heißt den. Ich bin egal, wie dort. Nö. Was ist denn dann? Ja, da bin ich immer so ruhig gegangen und mach so noch Pflanze. Ja, lass erstmal Ruhe. Willst du die Springseller? Äh, unten. In der Kippo ist es fließend. Jetzt kann man wohl schon anfangen. Warte, nee, warte, ich muss irgendwie rausnehmen, wenn ich die feste. Kannst du auch schon vermachen. Ja, richtig. Hast du auch noch mal wieder gestartet? Ja, ja, läuft schon. So, Gearbox. Ach ja, da brauch ich ja Eisen. Ich habe rein und rein vier Stück. Wieso? Weil ich einen Block in der Mitte tue, so viel außen rum rum. Weil ich brauche gerade neun mehr für einige raus. Oh Gott, immer da alles. Pickaxe ist fast im Arsch. Ähm, warte mal, hier sind doch überall Höhlenscheid. Hm. So, da war ich ja schon mal gekommen. Von dahin, da müssen wir irgendwo. Aber wir können doch eigentlich schon eine Pickaxe machen. Ja, und Stein. Ja, weißt du. Lass mal Sticks. Äh, drei. Warte schon. So, schauen wir mal da mit einer Ausdattung. Äh. 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 Kann man nämlich mal in so einen hau-puch-Zettel. Äh. 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 Ey, da kann ich ja nicht mehr haben. Äh. Äh. Lüge. La Flin ist doch das kleinste Problem, ich meine. Weißt du? Hast du Wackeln? Dann kannst du es dir gehen. Ich habe sie nur im Hand. Boah. Na, genauigkeit hält er drüber, wo ich davon war. Es ist mir lieber, dass er zu spät von der Fennober abkommt. Es ist mir lieber, wenn ich mich auf der Fennober abkommt. Es ist so gut. Es ist so gut. Oh, cool. sie haben ja vor dem wir haben die erdauer diese menschen fliegen ja auch paar tage später nach der ersten aufnahme wieder so richtig eine starke hat es nicht gerne dass die zeit ist immer genau so lästig wie vorher noch schlimmer die wollen wir jetzt auch bekriegen ja was soll ich sagen wir am renner hingewohnt in der haare und hat gedacht die kann dann weiter tanzen also das war ja erst mal herrlich kuba stimmt ich habe ja was in den talen das kann ich mir so mit zu machen ja ich habe ja auch noch was ich habe die ex ab ich habe was anderes im inventar ein mining berg wenn ich jetzt rohstoffe abbaue laden die automatisch da drin aber auch Prozent das ist die Wurzeln zu fahren doch nicht doch ein automatisches und zu Du schiebst mich weg, du sagst. Ja, das ist die Blöde, weißt du. Ja, das ist... Ich mag die 1.12 nicht. Ja, aber ich spiel'n aktueller Feind, weil... 1.13 macht das, aber ich mach gar nichts. Jetzt hätt' ich da noch ein bisschen gezockt, aber... Oder sonst. Aber Spork macht direkt das Feld drauf, ne? Aus Aquatica. Echt? Oh, das ist echt hochgelegen. Eisen! Wo bei Eisen? Sehr schön. Oh! Was? Mit einem Schlaf? Ich hau'n noch mal ein Herz. Eigentlich nur die, die im Kupon haben. Diese alte, Alter. Ich kann doch nichts dafür hin, wenn du nur mal ein Herz hast. Ja, Instant RIP, Alter. Spastische Bewegungen, wenn du den Kopf bewegst. Irgendwie hau'n dauernd ist. Du hast zugehend. Du hast zugehend. Neun. 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 Das würde für einen Block reichen. Wow. Also für eine Gearbox. Dann hätten wir die erste Quest fertig. Wohl, wie viel Gearbox noch mal? Eine. 28. Ja, weißt du? Cool. Wir haben schon mal drei Blöcke. Ja, fünf Gearbox wären am besten. Ich dachte, ich verpiss mich mal. Ich weiß nicht, ob man sich da reinlachen darf. Kannst du mir mal hier mal einen Trottel machen? Kannst du mir auch gerne nochmal eine Spitze machen? Hallo? Guck mal einen Trottel. Toll, traurig ist gut. Ja, toll. Hast du einen Tag gemacht? Nein. Probier ich nicht. Sicher? Ja. Ich wusste das doch. Du hast den Schmidt mitgeschleppt. Oh fuck, warte, ich komme. Ich komme hier ein Stück entgegen. Nein, komm her hoch. Wir haben ja was vor. Wir sind jetzt bei... Oh, keine Ahnung. Ich habe im Augenblick doch folgende nach vorne. Ja, ich würde sagen, das reicht erstmal. Ja, warte, ich will mal ganz kurz was machen. Diese ewige Platzmangel geht mir so tierisch auf die Eier. Weißt du? Äh, ich habe hier schon eine Doppelkiste. Warte. Warte. Ich habe hier ein paar Zweite. Warte. Warte. Ich habe hier ein paar Zweite. Warte. Warte. Ja, ich habe hier mit dir einen Mitchellen. Warte. 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 Ja, ich habe hier ein paar Zitziplats. Warte. 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 Maintenant, ich habe hier Schlauch. So, komm weiter. Hast du dir den Spitz geblümmert? Ich hab zwei, ne? Ich mach mir auch mal zwei und die anderen zwei wieder schmacken. Dann versuchen wir mal noch wenigstens die eine Quest fertig zu kriegen, ok? Und dann ist die erste Folge dann auch wieder zu Ende. Wow, das war ein Wunder. Oh, hier fehlen irgendwie Fattel. Ne, hier weißen. Ich kann mich nicht. Ja, hier fehlen Fattel. Ja, ich bin mit der Flamilch auch. Ich hab ein Wunder. Ich hab ein Wunder. Wunder. Ah, ah, ich bin mit. Ah, gut, gut. Das war bei mir, vor allem bin ich gar nicht gewalt. Ah. Ich hab eine schwere Wunder. Ja, jeder hat einen Wunder. Wow, das war eine Strecke. Ja, aber am Ende. Ich hab drei, die Flamilch auch gemacht. Und ich habe drei Oerchen, aber sicher war ein Wunder. Und ich habe keine Wunder. Also, warte, jetzt muss ich mal kiegeln, ich habe 46 Gold, äh, äh, du hast schon. Weißt du, das war? Oh, hat ja auch noch nie gehört. Oh, ich habe mich ja gar nicht gewartet. Du bist irgendwo bei mir dann her. Oh, aber nur der war. Ja, das weiß ich gerade noch nicht. Ja, die ist immer mehr. Ich glaube, es ist weiter, noch mal anke. Ich glaube, es ist weiter, noch mal anke. Ja, ich glaube, es ist weiter, noch mal anke. Ich glaube, es ist weiter, noch mal anke. Ja, das war, sehen wir heute fertig. Es war sehr wunderbar. Ja. Ich bin aus ships equation. Ich bin aus physics. Und du weißt! ich habe Also hier drauf! Hier drauf, hier drauf! Also hier drauf! Das ist ja hier drauf! Also, da geht's! Wie geht's die Sonne? Ja? Das ist so schön, wie du mit dir das Helden das Spielstück Wir wollen hier weiter gerade auch einfach mal aufbauen oder? Nein, die hier hat er auch tatsächlich zuhören. Er ist ja traurig und er geht da. Aber gehen wir wackeln mehr, na? Ich hab die Gopi. Setz mal Erohne hin. Dann brauchst du nicht weiter bauen. Dann ist die Gopar groß. Guck mal was vornehmen. Baubergeleih. So spawnen das man nüscht. Wann? Damm nackt. Ne, schnell. Da kommt ein Zombie schnell. Ey, Chin! Brenne du Vieh. Nein! Ey, du aus. Ich hab die Idee. Rapper, greif zu. Rapper, das andere blöde ist. Rapper, das andere blöde ist. Habe ich schon mal erwähnt, das Kampf ist ja nicht mal. Ja, ich weiß. Aber eine Herausforderung muss doch mal da sein. Ja, nö, ne. Ja, nö, ne. Oh, scheiße. Achtung, frisst du kein rottenes Fleisch. Nein, mach doch nicht. Vor dir hast du da wieder durch. Ne? Jo. Ja, ich hab mal hier. Okay. 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 Ja, das läuft grad nicht. Ich schwitz mich grad ein wenig. Wir haben geschätzt, ne. Wir haben geschätzt. Wir haben geschätzt, 3 ist sich grad jetzt gut gemacht. Wenn nicht noch wärmer. Wer hat es geschätzt? Ich schätzt. Geil. Also. So. Nenn den Kick, Mama. Was man mit Kaffee machen kann. Kannst du mit der Kaffee machen lassen. Da brauch ich einen Pot. Da brauch ich Bricks. Die kann ich ganz schnell machen. Jetzt mal eine Herausforderung für sich war. Dieses Pack. Da hab ich eigentlich in unsere Mod reingemacht, dass wir nicht ganz so schnell Hunger kriegen. Weißt du? Nö. Der Nährwert ein bisschen höher geht. Das ist ja nicht so. Aber irgendwie... Wir müssen uns in der Kasse verarschen. Also. Du hast jetzt zwei Pivin meiner... Exzelt. Wieso fahr ich dich jetzt? Sagt du? Scheiße. Ich weiß was ich auch noch machen könnte. Das ist klar. Ja guck mal. Neben den Öfen ist fertig das Essen. Was muss ich nur so essen können. Oh. Oh. Ja. Oh. Oh. Ähm. Oh. Bauley. Kannst du nicht so mehr machen? Oh. ich will mal gucken, das ist ein Terror-Ding, das muss ich machen. Ja, ich möchte jeweils viel Schaden kriegen von den Videon, weißt du? Ja. Ich möchte die Öl-Watze, genau. Kann gehen, ja. Aber die Blöcke jetzt aufmachen. Ah, ja, aber wenn man kommt, wenn man kommt, dann kommt, ja, 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 Ich bleib locker, ich beinde die Folge gleich schon gut, also halt aufzunehmen. Ich bleib locker, ich bleib locker, ich bleib locker. Ich bleib locker, ich bleib locker, ich bleib locker, ich bleib locker. So, wobei war ich jetzt? Fressen. Genau. Ich möchte aber auch mal sagen, langsam die Folge neigt sich mal den Ende. Oder was sagst du dazu? Ja. Ich denke mal fast eine Stunde für die erste Folge ist ja wohl lang genug. Oder was meinst du? Mhm. Alles klar. Dann sagen wir bitte mal Ciao und lasst eure Bewertung dazu da. Ich hab übrigens auch schon nichts. Ja, ich seh's gerade. Bewertung da und Kommentare und Tipps, keine Ahnung. Einfach alles mal da lassen was ihr könnt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis später. Bis später.